Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Most Wanted Und wir machen nochmal weiter mit unserem Lamborghini Und das nächste Rennen ist eine Hinterhalterrennen Halleluja, und wir müssen sogar noch 5km da hinfahren Deshalb machen wir das doch jetzt einfach mal 5km sollten ja mit dem Lamborghini eigentlich keine große Distanz sein Aber so ein Punkt der Beschleunigung ist ja auch gar nicht Also er ist natürlich besser als viele Wagen, die wir gefahren sind Aber er ist jetzt natürlich kein Königseck etc 4,3 sind es doch noch Jetzt hier wieder schön nach rechts Hier kann man nochmal schön Drift ansetzen Unser Lamborghini hat ein sehr, sehr schönes Giftgrün Ich glaube, so nennt man das Bin jetzt allerdings auch nicht so bewandert, was Farben etc. angeht Ich weiß noch früher im Kunstunterricht, was es da für Schiene Da gab es Bordeaux-Rot, Weinrot etc. pp Und für mich war das alles rot Und es ist auch alles immer noch rot Es gibt vielleicht Hellrot, Dunkelrot Aber andere Namen dafür gibt es nicht So, 2,4km zünden jetzt einfach mal schön unser Nitro Und erreichen hier fast die 300kmh Mit einem langen, oh Mit einem langen Getriebe sind hier auf jeden Fall drin Die 300kmh Und ich bin mal gleich gespannt, wie das wird Mit diesem netten Hinterhalt-Rennen Darauf freue ich mich jetzt schon Und bevor wir überhaupt da sind Geraten wir schon in die Fänge der Polizei Ich denke, oh jetzt müssen wir Oh, nein Oh, das war ein schöner seitlicher Aufprall Und auch schade, dass es kein richtiges Schadensmodell gibt Obwohl, einerseits kann man auch sagen Das hat dann in einem Need for Speed Teil auch nicht viel verloren Und hier ist doch Was ist das denn für ein Wagen? Ach, das ist der Panamera Nun gut, wir werden jetzt auf jeden Fall Dieses schöne Hinterhalt-Rennen mal starten Und können hier gleich bestimmt wieder Eine sehr, sehr schöne Cutscene genießen Ja, sehr, sehr schöne Cutscene Definitiv Aber, wow, snap Da sind es aber gerade ordentlich gecrashed Dürfen jetzt hier nicht runterfallen Ich glaube, der eine Kollege ist da eben schon Links Oh, nein, jetzt schon ein Crash Wir haben den wirklich nur leicht touchiert Und momentan ist die Polizei gar nicht so dicht an uns dran Oh, nein, er fährt weiter Die Polizei ist uns Nein, ah, und der ist wieder zu dicht Ich fahre trotzdem einfach mal durch Jetzt kommen uns welche entgegen Vielleicht können wir hier doch noch rechts abbiegen Das war gar nicht so schlecht gerade Jetzt kommen wir hier auf den anderen Highway Jetzt sind wir in der Fluchtphase Und wenn wir tatsächlich hier das Glück haben Dass uns jetzt hier keine Polizei entgegenkommt Könnten wir Oh, kommt schon Jawohl, guter Drift Zumindest nicht gedreht oder sonstiges Wir konnten hier schon wirklich ganz gut Meta machen Und uns hier von der Polizei absetzen Bisschen langsamer Nicht, dass wir jetzt in deren Dunstkreis da in irgendeiner Weise noch fahren Jawohl Und ich muss sagen, das sieht wirklich gut aus Und zwei Minuten dreißig haben wir insgesamt Zeit Und bitte jetzt keine Polizei mehr Die uns in irgendeiner Weise von vorne entgegenkommt Aber nee, das scheint nicht der Fall zu sein Eine Minute und 17 Traumhaft Das hätte ich mir Das hätte nicht besser laufen können Und dann können wir uns gleich auf das nächste Rennen stürzen Lange Getriebe wird eingebaut Versteckte Chassis wird übersprungen Wie immer Und wir haben jetzt einen roten Lamborghini Ich wollte gerade sagen, schon einen roten Ferrari Aber nee So, Easy Drive Zeig dich Oh, und die Heckscheinwerfer sehen ein bisschen schwarz-rot-gold Hm Na gut Vielleicht bilde ich mir das auch noch ein bisschen ein Ähm Energieschub-Nito? Nee Turbulence für die Aero-Karosserie Ein Rundkursrennen Und hier können wir das Event auch sofort starten Und hoffentlich schaffen wir das genauso gut Wie eben dieses Hinterhalt-Rennen Und ich hätte eigentlich damit gerechnet Dass es wieder ausarten wird Und dass sich den Part nach 6 Minuten beendet Weil ich weinen muss Irgendwie sowas Aber es ist nicht dazu gekommen Und wir werden jetzt hoffentlich gleich das Rundkursrennen fahren Cutscene kennen wir schon Dann gucken wir doch mal, ob wir das hier schaffen Wow Und hier vorne ist schon gleich ein ganz, ganz großer Crash Und ich hab Wow Als nächstes vor Ihr meintet Es gibt noch einen Mercedes SLS oder so Und der soll sich ebenfalls im Osten befinden In der Nähe des Range Rovers Und das wird, denke ich mal, unser nächstes Ziel sein Uns den zu schnappen Und dann mit denen ein paar Rennen zu fahren Aber das ist jetzt noch ein bisschen Zukunftsmusik Erstmal müssen wir hier dieses Rundkursrennen für uns entscheiden Und hier ist wieder ein wenig Polizei mit von der Partie Kommen hier eigentlich ganz gut um die Kurven Also bis dato gefällt mir der Wagen eigentlich ganz gut So, jetzt bitte nicht hier einen Crash bauen Das ging doch Oh, oh, wir müssen hier rechts Ah, das war schlecht gemacht Und die fahren Oh, die Waldwürde sind ja alle gerade ausgefahren Bis auf der hier vorne Mussten jetzt mal unseren gesamten Tank In puncto Nitro leer machen Damit wir hier wieder ein bisschen auf Geschwindigkeit kommen Und der zieht uns schon ein bisschen nach vorne Trotz Nitro-Einsatz Oh, den haben wir gerade Nein! Und damit haben wir uns selber so ein bisschen geschadet Sind natürlich wieder ein paar an uns vorbeigezogen Sind auch jetzt nur noch Vierter Das ging aber schnell Jetzt sind wieder Zweiter Das ging ebenfalls schnell Das ist eine schöne Oh, die Kurve haben wir wirklich schön genommen Und der hat doch eigentlich kaum Gewicht Den müssen wir doch ganz gut von der Straße Hauen können Und wir befinden uns jetzt schon in Runde 2 Ja, das war auch wieder ganz gut gedriftet Haben wir auf jeden Fall schon schlechtere Drifts von mir gesehen Ah, und ich habe jetzt hier wieder einen vollen Nitro-Tank Den ich gar nicht benutzt habe Das ist hier eine schöne lange Gerade Also zumindest Oh, oder die Walfe jetzt nicht hier irgendwo Wow! Das hat aber den Typen gerade ordentlich Weggehauen Ich weiß gar nicht, ob das die Straßensperre war Oder ob er ein Polizeiauto touchiert hat Konnte man auch nicht wirklich sehen Wir haben jetzt hier auch wieder einen vollen Nitro Aber den will ich jetzt nicht unbedingt einsetzen So, und dieses Mal werde ich es hier hoffentlich nicht verkacken Genau, das war jetzt zwar auch nicht optimal Aber zumindest besser als beim letzten Mal Wir wollen diese Typen ohne Schäden kassieren Aber Wir wollen die Leute ohne Schäden kassieren Ja, das ist aber mal völlig neu, dass ihr sowas macht So, hier können wir wieder durch die Mitte Genau Da müssen wir gleich mal gucken Wenn bald Oh, nein, 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 nein Ah, das war ganz schlecht gemacht Und da kommen die anderen auch gleich schon wieder angefahren Wenn wir jetzt hier die Kurve gut nehmen Oh, nicht in den noch reinfahren Zieh, 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 zieh Jawohl First Try Turbulence Und dann können wir uns doch tatsächlich gleich schon dem letzten Rennen widmen So, weiter geht's Kurze Getriebe Unsere Beschleunigung ist eigentlich ganz gut Aber unsere Höchstgeschwindigkeit nicht Deshalb bin ich eher geneigt Jetzt noch das andere Getriebe beizubehalten Wir können das ja notfalls wechseln, falls das gleich nicht so hinhaut Oh Dann warten wir auf unser schönes Easy Drive Das ist wieder dieser kleine Flitzer Den können wir doch mal von der Straße hauen Ah, ne, er fährt uns davon Aber nun gut Das nächste Rennen Powerplay Sofort starten Ein Sprintrennen Da würde ich ja spontan sagen Dass das kurze Getriebe da jetzt doch besser wäre Aber das eine Mal sind wir auch ein Sprintrennen gefahren Und da gab's auch Ähm, wenig Kurven Und viele Geraden Deshalb wird das jetzt dieses Mal hoffentlich auch der Fall sein So, dann müssen wir uns hier wieder gegen Ein paar andere Lambos durchsetzen Oh, hier sieht man auch Unseren weißen Zwillingsbruder Zünden Oh Gott Okay Das probieren wir einfach nochmal Denn das war ja ein absoluter Fail Gleich am Anfang Nicht gut gemacht Nicht gut gemacht Diesen Anfang kann man auch nicht wirklich abbrechen So, und da sehen wir wieder Wie sie alle an uns vorbeiziehen Und da ist auch Ah Heidewitzke hat er uns wieder schön erwischt Ich würde einfach mal sagen Wir probieren das Ganze nochmal Schöner Fail Und man sieht auch Wir haben richtig, richtig viele Punkte in letzter Zeit gemacht Wir haben jetzt glaube ich Ja, ich glaube 1,825 Millionen Need for Speed Punkte Und so, und dieses Mal fahre ich sofort irgendwie nach links rüber So, dass er uns jetzt nicht ganz so doll crashen kann Genau So, und wir halten uns dieses Mal einfach weiter rechts Passiert da auch nicht so viel Oh, da war ich schon wieder so ein bisschen dabei nach links zu fahren So, und zünden unseren Oh, das wird knapp Wow, schöner Schubser-Takedown Oh, kriegen wir dich auch noch? Jawohl Das ist doch nicht schlecht Und 3,9 Kilometer müssen wir noch zurücklegen Ich weiß nicht wirklich, was es eben hier war Ich sehe jetzt nicht ganz so viel Ich fahre jetzt einfach mal völlig apathisch an die Wände Ach nee, komm schon Was ist denn hier gerade los? Die anderen Male haben wir es doch auch gut hinbekommen Wir sind jetzt aber trotzdem noch auf Position 3 Und mit ein bisschen Glück Jawohl Konnten wir den jetzt auch ausschalten Wir gehen uns ein bisschen weiter rechts Und jetzt sind es auch sogar nur noch 2,2 Kilometer Und irgendwie kann ich hier nicht ganz die Spur halten Habe ich das Gefühl Oh, nein, ach Kenners Kenners, Kenners, Kenners Was ist hier heute los? Wir müssen uns beeilen Die ziehen noch wieder alle komplett an uns vorbei Aber da vorne sind die Das Führungstrio ja schon Müssen jetzt hier ein bisschen driften Haben jetzt hier auch noch genügend Nitro 0,8 Kilometer noch Wenn wir jetzt einfach nur unseren Nitro benutzen Dann müssten wir das doch eigentlich gewinnen Doch die Gegner sind weit genug entfernt Und ich denke das lange Getriebe war eine weise Entscheidung Und wir gewinnen das letzte Rennen mit unserem Lamborghini Countach Und wir werden jetzt gleich mal auf die Karte gucken Die ganzen Sachen werden wir überspringen So, oh Wir drehen uns einfach mal Ich habe aber das Gefühl Dass gleich einer von unseren Gegnern Volle Kanne in uns reinfährt So, die sind scheinbar alle verschwunden So, dann gucken wir doch mal auf die Karte Und wir befinden uns gerade ziemlich weit Im Westen Und dann müsste ja eigentlich Hier irgendwo Sich der SLS AMG oder so Befinden Und ich denke einfach mal Das werden wir auf die nächste Folge verschieben Dadurch, dass wir auch jetzt gerade Relativ weit im Westen sind Und jetzt da ganz hinfahren Das lohnt nicht Da werden wir einfach hoffen Dass wir, wenn wir das nächste Mal spawnen Dass wir dann ein bisschen weiter im Osten rauskommen Schauen wir einfach mal Und ich gehe jetzt hier raus Und verabschiede mich für heute von euch Wünsche euch noch einen angenehmen Tag Haut rein Und bis zum nächsten Mal